Möchtest du Änderungen schnell mit einem Freund teilen? Hier erfährst du, wie du auf deinem iPhone oder iPad ein Bildschirmfoto aufnimmst und die Funktion Markierungen nutzt. So nimmst du ein Bildschirmfoto auf. Halte die Ein-Aus-Taste oder Seitentaste auf deinem iPhone gedrückt und drücke dann die Home-Taste. Bei einem iPhone X drückst du stattdessen gleichzeitig die Seitentaste und die Lautstärketaste nach oben. Unten links wird nun eine Miniaturansicht des Bildschirmfotos angezeigt. Falls diese Miniaturansicht verschwindet, bevor du darauf tippen kannst, findest du das Bildschirmfoto jederzeit in der Fotos-App im Album Bildschirmfotos. Tippe auf die Miniaturansicht, um die Funktion Markierungen aufzurufen. Im nun angezeigten Bereich kannst du Zeichnen und Text einfügen sowie das Bildschirmfoto zuschneiden. Hier wird der blaue Rahmen gezogen, um das Bildschirmfoto zuzuschneiden. Nun wird ein Schreibgerät durch Tippen ausgewählt und eine Änderung gekennzeichnet. Wenn du alle Änderungen vorgenommen hast, tippe unten links auf das Symbol Teilen. Wähle den Empfänger aus. Und tippe auf Senden. In Markierungen kannst du das Bildschirmfoto löschen oder in der Fotos-App sichern. Und hier ist es. Um weitere nützliche Tipps zu erhalten, kannst du diesen Kanal abonnieren oder einfach auf ein anderes Video klicken. - Untertitelung des ZDF, 2020